Heute mal ein paar Worte in eigener Sache, meine lieben Musikfreunde nah und fern im In- und Ausland. Vor kurzem konnte ich den 500. Abonnenten auf meinem Kanal willkommen heißen. Ihr alle macht mich sehr, sehr stolz und ich betrachte es als Ehre, in den Kreis so vieler Hobbymusiker, aber meistens sind es ja Keyboarder, Pianisten oder Akkordeonisten, aufgenommen zu werden. Meine Glücksgefühle drücke ich auch gerne musikalisch aus. Daher spiele ich jetzt für euch den Jazz-Klassiker von Glenn Miller, und zwar die Moonlight Baranade. Daher spiele ich auch gerne musikalisch aus. Daher spiele ich auch gerne musikalisch aus. Daher spiele ich auch gerne hit. Daher spiele ich auch gerne bes reus Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Natürlich werde ich auch weiterhin bemüht sein, euch mit meiner Musik und den dazu passenden kleinen Moderationen zu erfreuen. Und wenn mir es dann noch gelingt, ein wenig Alltagsstress abzubauen, zu mitsingen und vielleicht auch zum Tanzen zu animieren, ich glaube, dann habe ich vieles richtig gemacht. Ja, und bis zum nächsten Mal, da wünsche ich euch was.